Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute die Zusammenarbeit von Carly Bible mit Il Makiage austesten und bin schon sehr gespannt. Ich habe noch nie was von Il Makiage ausgetestet, weil ich sagen muss, das Brand hatte ich irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm. Ich wusste zwar, dass es das gibt, aber ich wusste erstens mal nicht, dass wir es nach Deutschland bestellen können. Und zweitens mal haben mich die Produkte auch nie so ganz interessiert. Nachdem ich dann aber bei Carly Bible, der ich eben folge, weil ich sie sehr, sehr gerne mag und ich glaube, der folge ich schon so lange. Ich habe auch ihre erste BH Cosmetics Palette und liebe die über alles und mag halt die Produkte, die sie rausbringt, sehr gerne. Und über sie habe ich dann Il Makiage sozusagen entdeckt, weil sie eben eine Kollaboration mit denen ausgebracht hat. Ich dachte mir erst so, scheiße, die Produkte interessieren mich voll. Schade, dass wir die nicht nach Deutschland kriegen und habe dann aber gesehen, dass Il Makiage eben auch eine deutsche Seite hat. Ja, ich freue mich unglaublich, die Sachen zu testen und zeige euch jetzt einfach mal, was ich mir so bestellt habe. Carly Bible hat eine Face Palette rausgebracht, zwei verschiedene Lippenstifte und zwei verschiedene Lip Liner. Und ich habe das Ganze in so einem Bundle für 78 Euro gekauft, nur um euch kurz mal die Einzelpreise zu nennen, dass ihr mit dem Bundle eben viel, viel besser dran seid. Die Palette alleine kostet 53 Euro, dann einer der Lippenstifte kostet 22 und der Lip Liner kostet 17. Das heißt, mit den 78 Euro, wenn ihr nur den Lippenstift und die Palette bestellt, ist der Lip Liner sozusagen fast umsonst. Deshalb habe ich mir auch dieses Trio bestellt. Ich wollte eigentlich keinen Lip Liner haben, habe aber dann gedacht, hey, wenn der Lip Liner mich so ungefähr drei Euro kostet, dann bestelle ich das Trio doch. Also da kam der kleine Schwabe wieder in mir raus, obwohl es eigentlich nichts mit Schwäbischsein zu tun hat, sondern klare Menschenverstand. Wenn ich drei Euro nur noch für den Lip Liner von einer guten Brand zahlen muss, mache ich das natürlich. Ja, die Palette ist wieder wunderschön vom Packaging her. Das ist der Lippenstift und das Outer Packaging ist eben auch so ein bisschen, ja, Sternenmäßig gehalten. Also unglaublich schön, finde ich. Die Palette sieht dann so von innen aus. Das heißt, ihr habt eben hier einen Bronzer, zwei Highlighter und einen Blush. Das ist jetzt die Light Palette. Die gab es, glaube ich, in drei verschiedenen Farben. Ich habe mir natürlich die Light Palette bestellt und ich freue mich unglaublich, sie zu testen, weil ich sie halt sehr, sehr schön finde. Ihr seht auch hier, dass noch ein Mond und Sterne eingedruckt sind. Hier ist auch was drauf, das sieht man jetzt nicht so gut. Das Produkt sieht halt einfach schon sehr, sehr schön aus und ich mag Carly Bible auch sehr gerne. Unterstütze sie da dann auch immer gerne. Ja, deshalb würde ich sagen, ich starte jetzt einfach mal damit und gehe in den Bronzer Shade hier rein. Und nehme mir das eben mit einem Pinsel auf. Ich habe das Produkt übrigens noch nicht getestet, also lassen wir uns überraschen. Ich habe am Anfang bei Il Makiage die Medium Palette zugeschickt bekommen, leider. Habe mich dann direkt an den Kundenservice gewendet und das ging wirklich sehr, sehr schnell. Unglaublich netter Kundenservice und die haben mir direkt dann die richtige Palette auch nachgeschickt. Also mit dem Kundenservice habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Falls ihr also bei dem Brand noch nicht bestellt habt und ihr habt irgendein Problem, sind die da sehr freundlich und sehr schnell. Die Produkte waren auch relativ schnell bei mir. Ich glaube so eine Woche ungefähr, allerhöchstens hat es gedauert. Ja, also sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Der Bronzer gefällt mir auch gut. Man sieht, dass er da ist. Er ist jetzt aber nicht zu warm und lässt sich auch toll verblenden. Also das gefällt mir ja schon mal gut. Ich mag das ja gar nicht, wenn es zu warm ist. Deshalb finde ich das schon mal in Ordnung. Sieht auf jeden Fall schon gut aus. Ist nicht zu extrem pigmentiert. Lässt sich auch gut ausblenden und auch aufbauen. Ihr seht, am Anfang ist ganz, ganz wenig und umso mehr Produkt ihr dann eben nehmt, lässt es sich wirklich schön aufbauen. Cool. Das gefällt mir schon mal gut. Ich swatch euch natürlich nachher alle Produkte noch nebeneinander. Aber das hat schon mal sehr, sehr schön funktioniert, muss ich sagen. Ich würde dann als nächstes auch direkt in den Blush gehen. Das ist eigentlich nicht ganz so mein Farbschema. Falls ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich so Peachy Blush sehr gerne mag. Nicht so in der Pinky Richtung bin. Aber ist okay. Wir testen heute einfach mal was Neues. Ist ja auch nicht schlecht. Man muss ja auch manchmal so aus seinem Schema ausbrechen. Ich bin schon gespannt, wie mir das so gefallen wird. Weil, wie gesagt, Pink ist nicht ganz so meins. Ist auf jeden Fall schön pigmentiert. Aber auch nicht zu doll. Also lässt sich auch toll ausblenden. Wie gesagt, ich hätte mir eher so ein Peachy Blush drin gewünscht. Wäre jetzt nicht meine Zusammenstellung in der Palette gewesen. Aber ist ja auch nicht Sinabauts XL Maciage, sondern Carly Bible. Deshalb ist das schon in Ordnung. Ich finde aber, dass es eigentlich eine schöne Farbe ist. Wie gesagt, wäre jetzt nicht das, was ich mir so als Blush kaufen würde. Ich finde aber eigentlich, dass es ganz schön aussieht. Lässt sich auch wirklich toll ausblenden. Und sieht doch auch gar nicht so schlecht aus, die Farbe an mir, oder? Ich finde zwar Peachy schöner, aber es wirkt trotzdem ganz schön. Und vor allem nicht so extrem pink, wie es jetzt im Fähnchen aussieht. Das ist ja schon mal sehr gut. Weil ansonsten hätte ich, glaube ich, gesagt, um Gottes Willen, das passt gar nicht. Nee, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und die Produkte sind wirklich, wirklich toll zum Verarbeiten. Also ich bin schon begeistert, muss ich ehrlich sagen. So, dann haben wir hier zwei Highlighter drinnen. Einmal den hier, der so ein bisschen marmorierter ist. Und den hier. Und ich glaube, ich würde in den marmorierteren reingehen, weil ich den sehr, sehr spannend finde. Wie gesagt, ich swatch euch die ganzen Shades natürlich nachher noch nebeneinander. Und dann sehen wir da mal, wie das so, also wie vor allem auch die zwei Highlighter nebeneinander wirken, weil sie schon sehr ähnlich aussehen, finde ich. Ich glaube, dass der, den ich jetzt benutze, einfach ein bisschen glitzeriger auch ist. Aber sehr schön. Passt auf jeden Fall schon mal gut zu meinem Hautton. Ja. Gefällt mir gut. Ihr habt auch einen Spiegel in der Palette, den könnte ich jetzt eigentlich auch mal benutzen. Anstatt immer so deppert in meinen anderen Spiegel zu gucken. Doch, ist auf jeden Fall schön. Ist auch nicht grob glitzerig, würde ich sagen. Ist jetzt aber auch nicht so Glass-Skin-mäßig. Aber gefällt mir sehr gut. Passt wirklich alles, was ich jetzt hier benutzt habe, gut zu meiner hellen Haut. Ich finde, dass es oft so ist, wenn ihr Facepaletten habt, die zum Beispiel drei Bronzer, drei Highlighter, drei Blushes drin haben, jetzt einfach mal so grob gesagt, und für alle Hauttöne sein sollen, kann ich meistens nur einen Shade von jedem Ding benutzen. Deshalb so Facepaletten, die so für alle Hauttöne sein sollen, meistens nicht so ganz geeignet sind. Jetzt nicht nur für mich, sondern eigentlich für jeden Hautton, weil die dunkleren Hauttöne können das für die hellen nicht benutzen und andersrum. Deshalb mag ich sehr gerne, wenn so verschiedene Facepaletten für unterschiedliche Hauttöne rausgebracht werden. Oft habe ich aber trotzdem dann das Problem, dass immer ein Shade mit drin ist, den ich nicht benutzen kann. Hier muss ich jetzt echt sagen, der Bronzer hat toll auf meiner Haut funktioniert, der Blush passt super, der Highlighter, den ich jetzt benutzt habe, also der hier, ist auch gut für mich geeignet vom Hautton her. Den swatche ich jetzt gleich noch, dann sehen wir das auch, ob der passt. Aber so overall, finde ich, ist es echt ein schönes Produkt. Klar sind jetzt 53 Euro echt kein Schnapper für eine Facepalette, für vier Töne ungefähr. Ich finde sie aber von der Qualität her sehr gut und falls ihr mal was Neues austesten möchtet und sagt, ihr mit Cardi Bible, die Palette spricht euch an, man zahlt ja hier natürlich auch so das fancy Packaging so ein bisschen, um ehrlich zu sein, kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. Sie hat super für mich funktioniert und fühlt sich auch sehr hochwertig an. Deshalb, sie ist kein Schnapper, ganz klar, aber sie funktioniert auf jeden Fall gut. Wenn ihr das Geld übrig habt, werdet ihr nicht enttäuscht sein von der Palette, um es mal so zu sagen. Ich trage mir jetzt dann noch den Lip Liner und den Lippenstift auf und dann zeige ich euch natürlich alles nochmal geswatcht. Wir fangen mit dem Lip Liner an und zwar habe ich mir da die Farbe Luna ausgesucht. Der sieht so aus, ist eben so ein natürlicherer Ton. Ich glaube, die waren beide natürlicher. Ich habe mir aber die helleren Farben ausgesucht und würde den jetzt einfach mal auftragen. Butterweich, fühlt sich an wie so die, jetzt sehe ich natürlich mega witzig aus, fühlt sich an wie so die Colourpop Lip Liner, muss ich sagen. Das ist natürlich jetzt awkward, dass ich hier ruhig sitze und mir Lip Liner auftrage, aber ich kann dabei einfach nicht reden, sorry. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön cremig. Kostet ja an sich 17 Euro. Sind wir mal ehrlich, ich würde niemals 17 Euro für den Lip Liner ausgeben. Das höchste, was ich an Geld für Lip Liner ausgebe, ist das bei Colourpop und da kosten sie glaube ich 6 Dollar, höchstens. Also ich würde nie 17 Euro für den Lip Liner zahlen, weil ich das einfach völlig gesponnen finde. Ich habe jetzt sozusagen in diesem Trio ja 3 Euro gezahlt, was ja ein super Preis dafür ist. Er ist auch schön von der Farbe her, wie gesagt, ich swatch ihn euch nachher noch. Hat sich toll auftragen lassen. Ich erkenne jetzt aber keinen so meilenweiten Unterschied zwischen dem und dem Colourpop Lip Liner. Also würde ich jetzt sagen, braucht ihr den nicht unbedingt. Dann nehme ich mir noch den Lippenstift, den habe ich in der Farbe Libra. Und der sieht so aus, ist so ein bisschen kühleres Braun. Hier habt ihr auch nochmal wie so Constellations drauf, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, den gebe ich jetzt einfach mal auf. Der ist ein bisschen heller als der Lip Liner, gehört aber so im Set zueinander. Also der Libra Lippenstift gehört zum Luna Lip Liner. Ich glaube, sie mag das vielleicht einfach, wenn der Lip Liner so ein bisschen dunkler ist außenrum. Hat sich toll auftragen lassen, kann ich nicht sagen. Ich persönlich mag aber meinen Lip Liner passend zum Lippenstift. Was cool ist, ist so magnetisch. Ich hatte gerade den Deckel hier liegen und dann so. Okay, sorry, Spielekind. Ich mag meinen Lip Liner passend zum Lippenstift, wenn ich Lip Liner benutze. Ich muss ehrlich sagen, meistens benutze ich einfach nur Lippenstifte. Das Einzige, wo ich wirklich Lip Liner benutze, ist, wenn ich einen roten Liquid Lipstick auftrage oder einen roten Lippenstift. Da brauche ich meinen Lip Liner einfach, weil das präzise aussehen muss. Aber bei Nude Tönen trage ich meistens keinen Lip Liner. Die Farbe gefällt mir aber sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ich muss jetzt nochmal in den Spiegel gucken. Passt auch sehr gut zu mir, finde ich. Ist so ein bisschen kühleres Braun, was ich sehr gerne mag. Also das gefällt mir schon mal gut. Hat sich toll auftragen lassen und ja, schönes Produkt. Und dann habe ich euch, wie versprochen, natürlich noch alles geswatcht. Ja, hier seht ihr auch nochmal, dass wirklich alles perfekt zu mir passt. Der Bronzer ist toll, ist nicht zu warmstichig. Der Pink mit Blush ist so ein bisschen in den kühleren Ton mit rein, was mir sehr, sehr gut gefällt, muss ich ehrlich sagen. Dann ist das der Highlighter, den ich nicht benutzt habe. Der geht eher so ins, so ein bisschen Champagner-Gold. Und den, den ich benutzt habe, der geht so ein bisschen ins Rosa mit rein, was mir sehr, sehr gut auch gefällt jetzt. Und das ist der Lippenstift und der Lip Liner. Hier seht ihr auch, dass der Lip Liner eben ein bisschen dunkler ist. Mir gefallen alle Töne wirklich gut. Die Produkte sind butterweich. Also als ich mit dem Finger rein bin, um die Swatches zu machen, war das wirklich eine ganz, ganz tolle Textur. Und ich muss sagen, dass mir das alles sehr gut gefällt. Im Makiage ist jetzt nicht so günstig. Wie gesagt, ich habe jetzt für das Trio 78 Euro bezahlt, was schon so ein bisschen higher up ist. Aber ich mag die Produkte. Ich finde die Facepalette wirklich toll. Die werde ich auf jeden Fall öfters benutzen, weil ich das Pink eigentlich ganz cool finde, muss ich ehrlich sagen. Und den Lippenstift finde ich unglaublich schön. Also der wird auf jeden Fall auf meinem Schminktisch landen und öfters in Gebrauch sein. Und auch den Lip Liner finde ich in Ordnung. Würde ich mir jetzt, wie gesagt, für den vollen Preis nicht kaufen. Aber in diesem Trio habt ihr wirklich so ein gutes Bundle, um alles mal auszutesten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mich auch gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr schon was von Il Makiage ausgetestet habt. Und wenn ja, was so eure Must-Haves von diesem Brand sind, dann werde ich da vielleicht nochmal bestellen. Ansonsten lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Tschüss!